Hi, ich bin Eric Featureman, VMS-Experte bei Milestone. Reden wir über Systemsicherheit. Sie ziehen die Anschaffung eines neuen Videoüberwachungssystems in Betracht und fragen sich, ob X-Protect sicher genug ist, um Sie gegen Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen. Eine VMS kann verschiedenen Bedrohungen ausgesetzt sein, zum Beispiel Denial-of-Service-Angriffe, Hacking und Port-Scanning. Angriffe auf die VMS können von externen Quellen sowie internen Quellen innerhalb der Organisation stammen, können Videos auf dem Weg zur Software von den Kameras austreffen oder auf dem Weg in die Aussenwelt in Form von Beweismaterial. Schauen wir uns das folgende Systemdiagramm an, um zu zeigen, wie ein flexibles, benutzerfreundliches System nicht zwangsläufig die Sicherheit aufs Spiel setzen muss. Beginnen wir mit dem Kameranetzwerk. X-Protect unterstützt HTTPS-Kommunikation zwischen dem Aufzeichnungs-Server und den Kameras, was eine bidirektionale Verschlüsselung der Kommunikation bedeutet, um Lauschangriffen und Manipulation vorzubeugen. Um die aufgezeichneten Daten zu schützen, verschlüsselt X-Protect die Daten in den Aufzeichnungs-Servern und versieht sie mit Passwörtern sowie digitalen Signaturen, um jegliche Versuche eines unberechtigten Nutzers auf die Daten zuzugreifen zu verhindern. Um die Kommunikation zwischen dem Aufzeichnungs-Server und den damit verbundenen Clients und Servern zu schützen, verwendet X-Protect zertifikatsbasierte Verschlüsselung sowie Rollendefinitionen, um strenge Nutzerrechte anzuwenden, unterstützt darüber hinaus Windows Active Directory zur Authentifizierung und nutzt eine zweistufige Verifikation für Web-Clients und Clients auf Mobilgeräten sowie HTTPS zur Verschlüsselung der Daten. Um die Glaubwürdigkeit des Beweismaterials zu garantieren und sicherzustellen, dass exportiertes Beweismaterial nicht manipuliert wurde, bietet X-Protect verschiedene Werkzeuge, wie Verschlüsselung, zusätzliche digitale Signaturen und die Verhinderung eines erneuten Exports, um dafür zu sorgen, dass das Beweismaterial 100% authentisch ist. Zusammenfassend sei gesagt, dass Milestones Design-Methodik garantiert, dass X-Protect vom Design aus, standardmässig sowie beim Einsatz sicher ist und Ihnen die VMS mit der besten Leistung und End-to-End-Verschlüsselung bietet. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren Milestone-Vertreter vor Ort oder lesen Sie die vollständige Funktionsbeschreibung auf unserer Website.